Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Staubsaugen unter Wasser anzunehmen bei Daniel Anglers auf Meragon. An dieser Position ist die folge Quest von nach dem Riesenangeln. Nehmt die Quest gleich mal an und jetzt halt nicht ins Wasser hüpfen, sondern wie ihr seht, habt ihr hier einen extra Knopf. Solltet ihr den nicht haben, schaut man nach, ob ihr im Schlachtzug seid oder schaltet eure Edonsau aus und schaut danach, ob der Knopf da ist. Nun darf man diesen Knopf drücken und auf diese Strudel hier zielen und dadurch angelt man unter Wasser. Irgendwie ist der Name verwirrend. Man glaubt am Anfang vielleicht, dass man ins Wasser muss und irgendwas am Boden aufsaugen muss, beziehungsweise am Boden diesen Knopf benutzen muss. Aber nein, einfach hier an der Küste entlang und diese Strudel aufsaugen. Falls ihr meinen Kanal ein bisschen supporten wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren und oder dem Video einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen und natürlich motiviert es mich auch weitere Videos aufzunehmen und hochzuladen. Ich muss immer wieder auf den Cooldown warten. Ich habe mittlerweile auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Da könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen. Vielleicht besonders hilfreich, wenn ihr keinen YouTube-Account habt, aber ein Facebook-Account. Dann könnt ihr da vorbeischauen. Da poste ich auch die Software, was ich aufnehme oder was als nächstes ansteht. Wenn aber lange Zeit kein Patch kommt oder sowas, dann poste ich halt längermal nichts. Also nicht wundern. Und so, da habe ich schon mal alle Strudel gestaubsaugt. Dann suche ich White Westwoodel. Es sollte zumindest an der Küste genügend geben für die Quest. Da ist noch einer und da sind noch zwei sogar. 50 von 250 von 200. Da hinten ist noch einer. Kann man hier entlang laufen. Tatsächlich. Ich hatte sonst vor, über das Wasser zu laufen. Und ich... weit geht das? Und das sieht schon cool animiert aus, finde ich. So, nun geht's zurück. Der Rest ist ja bereit zur Abgabe. Man da hoch. Nein, 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 nein. Okay, ich laufe über das Wasser. Und gleich sollte ich da sein. Die Quest ist abzugeben bei Daniel Anglers in Mechagon, beziehungsweise auf Mechagon, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao. 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 Ciao.